Ja, jetzt probieren wir das erste Mal den Schalldämpfer aus. Ich bin schon ganz gespannt. Also mit Gehörschutz hört man natürlich jetzt sage ich mal sehr sehr wenig. Repetiert auch alles sauber durch. Macht natürlich ein bisschen mehr Wind hinten raus. Es ist nicht mehr Wind. Ich habe die ganze in die Nase gekriegt. Echt? Und, ist gut? Ja, stimmt an sich schon. Könnte alles so funktionieren. Ah ja, okay. Das muss man dann natürlich nochmal neu einstellen. Das ist ja jetzt auf 50 Meter und der Lauf ist ja auch noch nicht richtig eingeschossen. Aber wo wir schon mal auf 100 Meter sind, können wir eigentlich auch direkt drehen. Ja, muss aber drehen. Ja, ja. War erst auf 50 Meter damit zu drehen. Ich muss es jetzt einfach mal ausprobieren. Ich mache mal die eine Seite vom Gehörschutz ab. Ich will jetzt einfach mal wissen, wie laut es denn wirklich ist. Krass. Erträglich. Ich habe kein Klingeln, überhaupt nichts. Das ist schon noch laut. Also dadurch, dass der Schall jetzt von da reflektiert wird, weil hier die Öffnung ist, merke ich es auf dem Ohr schon sehr deutlich. Aber auf dem Ohr kommt es gar nicht so. Interessanterweise. Ja, und ich habe jetzt wirklich keinen Gehörschutz auf. Es ist wirklich erträglich. Ganz erstaunlich. Ja, völlig in Ordnung. Richtig cool. 2 Untertitelung des ZDF für funk, 2017